Wir haben hier auf der Bühne eine der besten Bluegrass-Bands in der Schweiz. Sie kommen aus der Aresünfe bei Mainisberg und sie nennen sich den Heftli Brothers. Aber schauen und hören die erste eingespielte Frage. Und in das Töne hören wir jetzt gerade. Ladies and Gentlemen, please welcome the Heftli Brothers! Die Heftli Brothers Die Heftli Brothers Die Heftli Brothers Die Heftli Brothers